Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich weiß, ihr musstet jetzt eine ganze Weile auf dieses Video warten. Nachdem ich jetzt allerdings so viele Leute angeschrieben habe, dass ich das doch mal endlich machen soll, habe ich mir gedacht, okay, setze ich mich hin, zeige ich das mal. Und zwar habe ich vor einer Weile in einem Video gesagt, hey, ich könnte euch doch mal zeigen, was ich für Firefox-Add-ons habe, was ich für Browser-Add-ons habe. Die Chrome-Add-ons können wir vielleicht in einem anderen Video machen. Und anscheinend scheinen das wirklich viele zu interessieren, nachdem wir echt viele Leute Messages geschrieben haben. Deswegen werde ich euch das Ganze jetzt mal in Ruhe zeigen. Ich kann auch gleich sagen, ich werde nicht alle Add-ons zeigen und ich habe auch nicht so viele Add-ons, ja. Aber ich denke, ich habe ein paar ganz gute, die man auch wirklich benutzen kann. Und ein ziemlich cooles, was wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen, aber wahrscheinlich für viele Leute echt nützlich ist. Oder mehrere, die echt nützlich sind und gar nicht so viele Leute kennen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt lange rumlabere, eine Sache, ach ja, eine Sache muss ich noch erzählen, die wird auch immer relativ oft gefragt, was das für eine Linux-Distribution ist. Und zwar ist das ein Arc-Linux-Abkommling, nennt sich Manjaro. Und als Window-Manager ist das i3-WM. Das ist ein Tiling-Window-Manager, sprich, man kann ja auch seine Fenster gar nicht mehr resizen, großartig größer, kleiner machen oder sowas. Das Einzige, was es gibt, ist Fullscreen oder kein Fullscreen. Ist eine ganz praktische Sache, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Für den normalen Windows-User ist das nix, muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. So, laden wir mal nicht lange rum. Fangen wir vielleicht mal mit einer Sache an, die hier schon vielen Leuten ins Auge gesprungen ist. Und ich habe das jetzt extra eingerichtet mit meinen Add-ons hier in der Linux-Fall. Weil normalerweise benutze ich da Chrome drinne. Aber ich habe das extra nochmal frisch eingerichtet, dass ich euch das hier alles nochmal zeigen kann, weil ich es sonst so benutze. Und ein paar Sachen weggelassen. Wie gesagt, ich weiß, es gibt ein Add-on zum Werbung blockieren, aber ich weiß auch, dass das viele auf YouTube nicht so gerne sehen, wenn man darüber lang und breit in einem Video rumkaut. Deswegen lasse ich das Ganze mal weg. Und fangen wir mit dem ersten an. Beta Battlelog ist eine sehr schöne Geschichte, wenn man in seinen Battlelog-Account geht, um einfach noch mehr Informationen zu kriegen. Früher zu Battlefield 3 Zeiten war quasi Battlelog nur mit Beta Battlelog halbwegs sinnvoll zu benutzen als Add-on. Und mittlerweile, ich habe mich so an dieses Add-on gewöhnt, ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, was jetzt Funktionen aus dem Battlelog sind oder Funktionen, die dieses Add-on zur Verfügung stellt. Was ich weiß beispielsweise, dass, gehen wir hier mal auf mein PC-Profil, dass die Statistiken, die hier unten zusätzlich geladen werden, und man sieht, das wird direkt ins Battlelog eingeblendet, das ist eine echt coole Sache, dauert natürlich ein bisschen. Das wird von Beta Battlelog zur Verfügung gestellt, wo man dann beispielsweise hier noch die BR4-Stats sieht. Man sieht generell im Battlelog einfach ein bisschen mehr, okay, das geht jetzt gerade ultra langsam. Ja, das funktioniert auch nicht, anscheinend ist denn ihre Seite gerade nicht da. Vorhin hat das nämlich noch funktioniert und auch relativ schnell. Ich probiere das hier gerade noch einmal aus. Aber das scheint mir doch gerade echt ultra langsam zu sein, BR4-Stats, weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht schafft er es ja jetzt. Nur mal so hier kurz, es scheint irgendwie nicht zu gehen, es scheint irgendwie kaputt zu sein. Ist ja auch egal. Man hat hier beispielsweise im Battlelog noch eine Übersicht über Waffen. Na, schafft das? Schafft das? Naja, schafft es wohl nicht. Oh, doch. Ha, es ist in dem Moment, wo ich wegscrollen wollte, kann mich noch mehr Statistiken einblenden lassen und was weiß ich. Oder auch hier bei der Waffenauswahl gibt es hier, glaube ich, hier oben noch genauere Möglichkeiten zum Einschränken und sowas. Und auch die Waffenstatistiken, die man hier oben kriegt, normalerweise, was gerade nicht funktioniert, wahrscheinlich, weil irgendwie gerade alles ultra langsam ist, kann man sich normalerweise noch mehr Sachen anzeigen lassen mit diesem Add-On. Ist ja natürlich super Wärmung für das Add-On, weil es gerade natürlich gescheit funktioniert alles. Aber ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man mehr Informationen im Battlelog haben will. Ähm, was ist das? Was? Was auch immer. Ich glaube, das ist eine Funktion vom normalen Battlelog. Aber wie dem auch, ist ja auch vollkommen egal. Better Battlelog hat auch so viele Optionen hier. Ist auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die Battlefield spielen und echt Battlelog ein bisschen aufmotzen wollen, ja. Also ist wirklich echt sinnvoll. Kann man nicht anders sagen. So, was haben wir jetzt als nächstes? Gucken wir uns das mal an. Download Helper. Ja, Download Helper ist ein absolut essentielles Add-On, was man einfach braucht. So geil, wenn man Max-FPS eingibt, dass die Google-Suche hier gleich mal den Self on und auch spuckt. Na gut, meinetwegen. Ich bin das nicht. Ich sitze übrigens auf dem Foto, wen das interessiert, daneben. Ich weiß nicht, ob man das auf diesem Bild erkennt. Ja, ja, Self on-Werbung. Ne, da sieht man nur den Self on. Egal, dieses, dieses Foto ist, ähm, da sitze ich daneben. Das bin ich auch nicht. Ähm, das ist, ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Man sieht mich eh nicht. Man sieht mich eh nur von hinten. Ähm, genau. Kommen wir mal hier zurück zum Add-On, nämlich Download Helper. Das ist ein absolut essentielles Add-On und zwar kann man damit unter anderem YouTube-Videos runterladen. Ja, machen wir mal mal das YouTube-Video auf. Oh, die wollen wir ernsthaft hier irgendwie so komisches Gedöns da in der Werbung gerade empfehlen. Ähm, wenn man sich das hier anguckt, Download Helper, Media, und da kann ich hier das Video runterladen. In MP4. Also, das ist eine sehr praktische Sache und wer sich immer fragt, wie lädt man Videos runter, funktioniert auf fast allen Seiten mit Videos drin, die ich kenne. Download Helper, eines der nützlichsten und besten Add-On's, die ich kenne. Braucht man einfach. Geht nicht ohne. Ähm, nächstes, Firebug. Firebug ist eine Sache, die werde ich erstmal überspringen. Das ist eher was für Leute, die ein bisschen, äh, ein bisschen rum entwickeln, ein bisschen rum experimentieren im Browser. Ist ganz gut zur Anzeige von, von, wenn man halt hier Web-Development betreibt. So, bla, das können wir da überspringen. Für alle, die immer mal einen FTP-Client brauchen oder Sachen per FTP hochladen wollen, sich aber nicht FileZilla oder sowas installieren wollen, ist, äh, FireFTP wirklich coole Geschichte. Ein kleiner FTP-Client, der komplett im, ähm, nein, im Browser funktioniert. Den gibt's hier. Man sieht das schon. Ganz normaler FTP-Client, wie man das kennt. Allerdings komplett im Browser, sprich, man muss nichts extra installieren. Das ist eine richtig coole Geschichte. Kann ich jedem empfehlen, da ab und zu mal irgendwelche Sachen irgendwo per FTP hochladen muss, dann ist das, ähm, eigentlich das Beste, was man mal so nebenbei als Add-On installiert haben kann. Schön, wie man Firefox ist, man kann die ganzen Sachen auch einfach ausschalten, ohne sie wirklich entfernen zu müssen. Ähm, dann haben wir das Nächste. Und das ist meiner Meinung nach ein absolut geiles Add-On. It's all text. Ist gar nicht so bekannt, das ist ein absolut geiles Add-On. Wenn ihr das einmal euch dran gewöhnt habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Und um euch das mal zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert, ähm, ihr kennt doch irgendwelche Foren, zum Beispiel, ja? Oder hier beispielsweise, ähm, was haben wir hier? Es gibt hier doch immer so Kommentarfelder. Ich finde jetzt gerade keins. Ich glaube, da muss man Soldat aufmachen. Es gibt doch hier irgendwo immer Kommentarfelder, beispielsweise unter dem letzten, dass man hier irgendwie das letzte Game kommentieren kann oder sowas. Hier, hinterlasse einen Kommentar hier so. Bla, 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 bla. Man kennt das hier. Man schreibt sich hier kaputt und es ist richtig beschissen, in diesen Feldern, ähm, irgendwas zu editieren, ne? Das kennt ihr doch. So, hier plus, ich bin ein, keine Ahnung, ne? Und, bevor wir das jetzt hier drinnen machen, wie wär's denn, wenn man das mit seinem Lieblings- Texteditor machen kann? Hä? Wär das nicht cool? Da kann man in seinem Texteditor den Text schreiben, speicher das und zack, steht's da unten im Feld drinnen. Das ist für alle Leute, die viel im Forum schreiben, das beste Add-on, was es gibt. Es gibt einfach kein besseres Add-on. Das merkt man sich, ich hab's auf Steuerung E, merkt man sich auf irgendeinen Hotkey, da kann man hier drinnen rumsauen, was weiß ich, wie man will, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, irgendwas, vollkommen wurscht, äh, pfff, keine Ahnung, ja, speichern, zack, da ist es drin. Für alle, die kein Hotkey haben wollen, dann hat man übrigens, hier nimmt man auch so einen Edit-Knopf. So, übrigens, der Editor ist Wim, das ist, äh, nur für die hartgesottenen Niedlungsleute, aber der beste Editor meiner Meinung nach, den es gibt. Ähm, genau, was haben wir als nächstes? Also, das ist echt ein Add-on, ich zeig's ja noch mal, it's all text, kann man, alles mögliche einstellen, unter anderem auch, welchen Editor man verwenden will, also ich denke mal, man kann da auch, äh, unter Windows, ein paar verbreitete benutzen, ich muss das ehrlich sagen, Sublime Text zum Beispiel ist ein cooler Editor, oder was ihr so benutzt, im Zweifelsfall kann man wahrscheinlich, damit sogar Word starten, wobei, naja, wer freiwillig in Word Texte editiert, oder generell Text bearbeitet, ich versteh's nicht, auch wenn sich das Text Bearbeitung schimpft, abartig, meiner Meinung nach. Ähm, das nächste, werde ich auch noch mal kurz überspringen, schlägt in die gleiche Kategorie wie Firebug, werde ich euch am Ende noch zeigen, wer sich ein bisschen für Webentwicklung interessiert, vielleicht ist es für den eine coole Sache, weil Live Reload ist nicht so bekannt, Firebug kennt eigentlich fast jeder. Ähm, das nächste ist und eines der essentiellen Plugins, die man braucht, die man haben muss, unter Linux vielleicht nicht unbedingt, liegt aber unter Windows, wo die meisten Leute unterwegs sind, das essentiell, das muss man haben, das geht nicht anders. Und, ähm, ich werde euch jetzt mal kurz was zeigen, hier gehen wir auf Google drauf, ich muss es erstmal natürlich wieder einschalten, ähm, weil ich gedacht hab, ich schalte das Ganze mal zum Testen aus, ich muss jetzt erstmal gucken, wie man den ganzen Scheiß wieder einschaltet, ich bin mir nämlich gerade nicht wirklich sicher, zumindest, ähm, sorgt, na, wie gibt das hier zu, ah, zumindest sorgt das dafür, gehen wir mal auf YouTube zum Beispiel, dass alle aktiven Inhalte, die, ähm, achso, ich hab da, ich hab gesagt, wir, wir stimmen hier zu, bla bla bla, genau, jetzt kann ich es wieder einschalten, ähm, dass alle aktiven Inhalte geblockt sind, das heißt, es wird kein JavaScript ausgeführt, standardmäßig, es wird kein Flash standardmäßig ausgeführt, kein Java, kein sonst was, wenn man NoScript das erste Mal installiert, ich will, äh, eigentlich, das gar nicht wirklich, äh, trust, ich truste YouTube, ja, wahnsinnig, truste ich YouTube, wenn man tatsächlich NoScript das erste Mal installiert, ist das Web quasi tot, total inaktiv, es funktioniert nichts, ja, gar nichts, wenn man sich hier Battlelog anguckt, das ganze Gedöns, und, ähm, man sieht, es geht nichts, das sieht scheiße aus, das funktioniert nichts gescheit, man kann hier nichts gescheit kommentieren, ähm, es funktioniert nicht, das liegt daran, dass NoScript genau das macht, was es sagt, es verhindert, dass, ähm, Java und alles mögliche ausgeführt wird, man muss explizit immer erst, wenn man neu auf eine Seite kommt, ähm, diese Seite explizit gestatten, dass sie denn aktive Inhalte ausführen darf. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, und es bringt einen riesen Sicherheitsgewinn, es bringt wirklich einen riesen Sicherheitsgewinn, ähm, man braucht vielleicht so ein, zwei Tage, bis man die Seiten, die man häufig besucht, hier auf die, ähm, auf die Liste hinzugefügt hat, dann merkt sich das NoScript und sorgt dafür, dass diese Seite automatisch Inhalte ausführen dürfen, aber, ähm, mittlerweile fängt man sich im Internet, so leicht irgendwo was ein und das wird einfach komplett ausgehebelt, dadurch, dass nichts Aktives mehr ausgeführt wird auf eine Seite, ja, auch diese, also viele dieser automatischen Tracking-Komponenten, sowas, das geht alles nicht mehr, ja, also NoScript, wenn ihr Firefox benutzt unter Windows, wenn ihr Chrome benutzt unter Windows, unter Chrome gibt es, äh, was ähnliches wie NoScript, installiert euch irgendein Add-on, was aktive Inhalte blockt, automatisch, und erst sie zulässt, wenn ihr das wollt, hört sich nervig an, ist das Wichtigste, meiner Meinung nach, was man neben einem Virenprogramm unter Windows braucht, NoScript im Browser, es gibt nichts Wichtigeres, um das mal wirklich so deutlich zu sagen, damit sinkt die Chance, dass man sich im Internet irgendwas einfängt, rapide, wirklich, sowas von, ähm, kann man nur jedem ans Herz legen, und sagt es auch jedem, den ihr kennt, der es nicht habt, er soll sich NoScript installieren, ich will nicht wissen, wie viele Leute, sie irgendeine Scheiße im Internet eingefangen haben, ähm, was vermieden hätte werden können, wenn sie NoScript installiert hätten, das ist Fakt, also installiert euch NoScript, ähm, letzte Add-on, auch eine richtig coole Geschichte, nämlich eine Funktion, die mir ehrlich gesagt in Firefox fehlt, ähm, es passiert ganz oft, dass man zu einem bestimmten Thema was sucht, man, man sucht hier jetzt, äh, was weiß ich, die besten Firefox, Add-ons oder sowas in der Richtung, macht dann hier alles mögliche auf, so, und denkt sich, ah, Scheiße, jetzt wollte ich doch eigentlich ein Video machen, jetzt will ich was ganz was anderes machen, ne, jetzt will ich was ganz was anderes machen, natürlich könnte man sich die, die alle bookmarken, hier die ganzen Sachen, die man aufgemacht hat, könnte man sich alle bookmarken und dann später wieder aufmachen, aber wäre es nicht viel besser, man sagt hier einfach Session Manager, the fuck, ähm, ja, jetzt habe ich mich verklickt, man sagt hier einfach Session Manager, Save Session, dann speicher der alle Tabs, die man aufhat, genauso wie es war, so, dann gehe ich jetzt hier hin, mache dann irgendwie die andere Sache, die ich machen will, sowas weiß ich, Steuererklärung, irgendwas, mache ich da hier gedöhnt zu auf, ähm, lese mir das durch, und wenn ich fertig bin, sage ich, okay, Session Manager, machen wir da weiter, wo wir vorher gewesen sind. Richtig praktisches Ding, Session Manager benutze ich wirklich sehr oft, ist auch wirklich, ist einfach nützlich, ja, man kann sich da auch einfach, anstatt sich 3000 Ordner zu machen, auf der Bookmarkleiste, und da alles reinzuziehen, man kann sich auch Sessions mit einem gescheiten Namen speichern, ja, da hat man dann auch alles drin, was man braucht, beispielsweise irgendwie eine, eine YouTube Session, wo man dann sagt, hey, hier habe ich alles Wichtige, was ich brauche, hier habe ich was, was ich meine Social Play Statistik, meine Google Analytics, meine Upload Seite und alles mögliche gedönst, dann zahle ich Session, Laden, YouTube, bam, habe ich alles da, was ich brauche, und muss das nicht jeden Tag alles neu aufmachen, man könnte auch dann eine Session machen, die News heißt zum Beispiel, und lädt man das dann, und dann gehen dann alle News Seiten, die man braucht, auf. Also Session Manager, wirklich extrem praktisch, das da unten lasse ich komplett aus, damit kann man seinen Browser, bisschen Tastatur, bedienbarer machen, aber das ist zu abgedreht für hier, glaube ich. Jetzt werde ich nochmal für alle, die ein bisschen Webentwicklung betreiben, was zu Firebug und zu Live Reload erzählen. Zu Firebug muss ich eigentlich kaum was erzählen, ne? Gehen wir mal hier, oder machen wir anders da. Firebug werde ich gleich zeigen. Kommen wir mal zu Live Reload. Alle Leute, die ein bisschen Webentwicklung betreiben, muss nichts Großes sein, ähm, es gibt hier einen, äh, einen, bf.maxfps.de, das ist eine kleine Seite, die ich gemacht habe, mit, ähm, den besten Spielern auf meinem Battlefield 4 Server, der ist übrigens unten auch nochmal verlinkt, das ist eine Seite, die habe ich in PHP gemacht, ähm, nicht, weil ich der große PHP Fan bin, sondern weil, es einfach die Sprache ist, die die meisten Webhoster unterstützen, mit, ähm, dem Laravel Framework habe ich das Ganze gemacht, und man hat jetzt ja oft mal so ein bisschen das Problem, wenn man sowas macht, dass, ähm, man auf der einen Seite, also die Leute, die sowas entwickeln werden, das wissen, dass man auf der einen Seite ein Editor-Fenster hat, und auf der anderen Seite den Webbrowser, und dann will man gucken, wie die Änderungen aussehen, und muss dann jedes Mal, ich zeige es euch mal, ich gehe jetzt mal hier in Localhost, Port 8000, da läuft das Ding hier bei mir, äh, läuft die Seite testweise bei mir, ja, ja, Localhost können wir, können wir erlauben, läuft die Seite, und dann hat man hier irgendwie ein Terminal auf der Seite auf, editiert dann, äh, was weiß ich, editiert dann irgendeine Datei hier drinnen, und möchte dann sehen, wie wirkt sich das aus, auf die, oder was war man hier, geht man, so, ich editiere jetzt hier irgendwas, speichere das, und möchte dann sehen, wie sieht es auf der Seite aus, dafür ist Live Reload da, denn, ich zeige es euch mal, man macht Live Reload einfach an, und, dazu braucht man natürlich, einen Live Reload Server, aber so, so, so genau will ich da gar nicht drauf eingehen, den das interessiert, kannst du das angucken, ähm, dann editiere ich hier drin irgendwas, und sobald ich das speicher, refresht sich, das hat man jetzt natürlich nicht gescheit gesehen, weil NoScript hier gerade rumspinnt, ähm, wenn ich hier die Seite editiere, dann, ihr seht's, reloadet sich die Seite, das heißt, ich muss nicht mehr aus dem Editor in den Browser F5 drücken, richtig geiles Ding, für alle, die ein bisschen Webentwicklung machen, ähm, passt, ne, ähm, so, machen wir das hier mal dicht, hier habe ich übrigens mein Entwicklungszeug, laufen, Tmax, unten schön, alles am Start, und dann kann man dann wirklich, äh, macht man sich sein Terminal hier einfach, nebenhin, editiert hier die Datei, speichert es im Editor, und der Browser reloadet sich automatisch, also live reload, für alle, die ein bisschen Webentwicklung betreiben, super, um jetzt mal für alle anderen noch einmal, ähm, Firebug zu zeigen, Firebug ist nichts anderes, wie hier unten so eine, so ein, ähm, wie nennt sich sowas, so eine, so eine Debug-Konsole oder sowas, ja, also wo man einfach sich ein paar Informationen anzeigen lassen kann, über die Seite, was ist, wie lang es denn dauert, einzelne Sachen runterzuladen, ähm, sich einzelne HTML-Elemente kann man sich angucken, sagt man, okay, okay, das ist ein Table und, und sonst was, also das ist wirklich was für Leute, die Web-Anwendung entwickeln, und auch wirklich gucken müssen, wie sieht es denn aus letztendlich im Browser, was genau passiert da, da ist, äh, wirklich Firebug für Firefox echt ziemlich gute Sache, eigentlich das Beste, was es gibt, die Chrome-Entwickler-Tools sind aber ähnlich gut, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Dann vielleicht noch am Schluss, zwei kurze Tipps, ähm, ihr kennt doch oftmals das Problem, dass ihr eine gekürzte URL bekommt, also irgendwie, ähm, ja, jetzt muss ich nicht alles erlauben, weil ich hier den Browser normalerweise nie benutze, ihr bekommt manchmal solche URLs hier, ne, ist auf Twitter sehr beliebt, halt einfach so, so shortnet URLs, und, äh, mit longurl.org kann man, wenn man diese URLs hier reinkopieren, auf Expand klickt, kriegt man angezeigt, was da für eine Seite dahinter steckt, das heißt, man besucht nicht mehr blind irgendwelche Seiten über irgendwelche Short-URls, also wenn ich eine Short-URL bekomme, aus irgendeiner Quelle, wo ich mir denke, ja, ob ich dem Typ so traue, weiß ich nicht, dann paste ich die erste Mal da rein, guck, wohin die Short-URL zeigt, und wenn das natürlich google.com ist, dann denke ich mir, okay, da kann man draufklicken, alles ist gut. Übrigens noch eine Geschichte, auch noch ein kurzer Tipp hier, für alle Firefox-Benutzer, euch geht es doch oftmals so, dass ihr sagt, so, keine Ahnung, ich mache jetzt ganz geile Sachen, und so, jetzt habe ich das Tab zugemacht, das wollte ich ja gar nicht, drückte mal STRG-SHIFT-T, da ist nämlich das Tab wieder da. Das ist auch eine Sache, das wissen komischerweise auch nicht so viele. So, 20 Minuten geschwätzt ungefähr, das reicht jetzt, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, was eure Tipps sind, für Firefox-Add-ons, Chrome-Add-ons, wenn ihr das unbedingt wollt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, dann kann ich das auch nochmal machen, gibt es nämlich auch ein paar coole Sachen, die sehr ähnlich sind, aber der Firefox-Geschichte. Mittlerweile holt Chrome auch extrem auf mit Plugins, also hat Firefox nahezu schon eingeholt, und ist gerade dabei, eigentlich Firefox zu überholen, also Chrome ist da gerade ziemlich gut bei. Kann ich vielleicht auch nochmal machen, wenn ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mal ein bisschen was hier zu meiner Linux-Umgebung wissen wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, kann ich vielleicht irgendwann auch mal ein Video darüber machen, aber immer dran denken, oder muss man immer dran denken, und letztendlich geht es hier natürlich hauptsächlich um Gaming-Videos, das heißt, ich werde jetzt keine fünf Linux-Videos hintereinander oder sowas machen, da muss ja auch ein bisschen die Abwechslung drin sein. So, jetzt sind wir fertig, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, dann, ja, was man so macht, ihr wisst schon, macht es gut, bis...